Die Corona-Pandemie in China scheint außer Kontrolle zu geraten. Eine Woche nach der Lockerung der bisher strikten Null-Covid-Politik schaffen es die Behörden des Landes nicht mehr, die Ausbreitung des Virus genau zu verfolgen. So könne die wahre Zahl an Infektionen nicht mehr angegeben werden, erklärte die Nationale Gesundheitsbehörde. Die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking soll laut dem Vizeregierungschef derzeit rasant ansteigen. Viele Menschen in China decken sich mit Medikamenten ein, in Online-Netzwerken wird über ausverkaufte Arzneimittel berichtet, vor Apotheken bilden sich lange Schlangen. Nach landesweiten Protesten sowie einem Einbruch des Außenhandels im November hatte die Volksrepublik jüngst mit einer Abkehr von ihrer strikten Null-Covid-Politik begonnen. Landesweit wurden zunächst Quarantäneregeln und Testpflichten gelockert oder sogar abgeschafft und die Massenabriegelungen beendet. Am Montag kündigten die Behörden zudem das Ende der staatlichen Corona-App an. Sie hatte zweieinhalb Jahre lang die Bewegungsfreiheit der Menschen stark eingeschränkt.